Musik Da gehe ich gern hin. Also, da gehe ich gern hin. Ich meine, hat man in der Sequenz auch gesehen, aber heißt ja nichts. Seine zehnhochtrittste Chance verdient, ja. War das, nee, jetzt du haust mich nicht um oder nee, du haust mich doch um? Tani, überleg dir, was du tust. Ich bin vielleicht die letzte Person, die dir noch vertraut. Denk da dran. Nee, ich hau dich nicht um. Gut. Also, der Aufzug, dem vertraue ich auch nicht mehr lange. Wir sind fast durch, Chad. Wo ist denn der Eingang? Nee, das ist nicht der. Also, ich glaube, hier habe ich das Blaulicht gesehen, oder? Oh, ja. Doch, da? Ihr? Ist es Dr. Bove? Ja, das ist ich. Ich sah, dass du erschrocken und hörte, dass die Polizei auf der Tür dringen. Was ist passiert? Rose reportete mich. Ich wusste, dass es mich aufhörte. Ich hatte keine Karriere, keine Zukunft. Ich habe entschieden, dass ich immer und immer kontrolliere. Tanni, ich glaube, das endet damit, dass ich einfach sage, hey Tanni, ich weiß jetzt, dass du nicht der Böse bist. Und dann umarmen wir uns und dann ist alles gut, glaube ich. Die Kontrolle, wie übernehme ich denn die Kontrolle? Ein Experiment. Wie über... Der Schwert. Ich meine, ich kontrolliere mit einer Drahtspule. Versuch's jetzt nochmal mit der Wäschlein, da kann man Leute anbinden. Was ist die Kontrolle? Ich habe auch noch nicht zu haben. Was ist das, was du gesagt hast, über die Wäschlein und die Räume? Ich habe experimentiert mit der Wäschlein, aber es war zu dünn. Ich habe auch eine Räume. Ich hatte meine Kiste zu den Hotel, also ich in 1.9 bis wir aufhörte, als ich aufbailte. okay ab nach unten war das sah das die ganze zeit schon so aus konnte man das die ganze zeit schon so schön sehen dass da so stühle und so sind tanni ich finde alles raus und dann dann werde ich den allen erzählen dass du nicht böse bist du musst nur davor die ganzen leichen verschwinden lassen von meinen freunden nicht wahr also du hast noch ein bisschen zeit ich bin noch nicht fertig ja genau ja Ich komme damit aber auch einfach nicht klar. Wir haben noch einen Toten. Das ist aber schon, also wenn wir ganz ehrlich sind, ist das schon, also da gibt es keinen Rückzug mehr. Rückweg. Ausweg. Da kannst du nicht mehr rücktreten. Ja. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir müssen nur schnell rennen. Bevor Tani kommt. Nein. Gibt es hier irgendwas? Und jetzt? Jetzt sind wir schlau. Jetzt sind wir richtig schlau. Jetzt gehen wir in den ersten Stock. Ha-ha Tani ausgetrickst, ja? Bleib doch allein im dritten Stockwerk, hm? Die anderen Prozent sind im rum. Okay, wir gucken jetzt einmal in den Spiegel rein. Ich setze mich in kein Zimmer, wenn ich nicht weiß, dass ich da hin muss im dritten Stock. Wirklich. Aber wir müssen im dritten Stock sein. Naja, wenigstens geht's jetzt schneller. Wir haben die anderen zwei ja weg. Ne aber jetzt wird der dritte. G? G?! G? Ich bin auch draußen. Ich habe mich verlaufen. Da wollte ich nicht hin. Ich habe mich verlaufen. Ich will doch nur hier raus. Das Maya klang relativ weit weg. Da will ich nicht hin, Leute. Mann, ich hasse das. Ich muss nur zum Radio. Ich kann gerade nicht. Ich gucke. Moment. So. Mich scuse. Aber ich. Also. Tunnel. Okay, ich bin jetzt im Erdgeschoss. Ja. Ist jemand da? Das neu. Ah, die vor. Ja, okay. Okay. Ja klar. Ist jemand da? Wer ist da? Oh, neuer Geist. Oh nein. Okay, hier kann ich aber nichts machen. Hier. Ah, ich dachte, ich kann da nicht hin. Kann ich da? Oh. Oh, ne Vorstellung nur für uns, Jet. Behold! I am the great Hugo! Hugo! Yay! I stand alone above all others. I am the light which illuminate the darkness. I alone am Master. Ich mein, ich mag Glitzer. Aber was war das? Sind das Drogen? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Der große Hugo auf der Bühne. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich hab's Gefühl, uns geht's nicht so gut. Hallo? 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 Nicht hallo? Ist aber ein schöner Raum. Kupka. Kupka war Liebe. Armer Kupki. Ach, mein Kupki. Ich weiß auch nicht, warum die keine Tasten haben. Der große Hugo. Emi hatte keine, niemand hat Antworten, weil hier niemand mehr lebt. Okay, wir sollten, glaub ich, in den dritten Stock. Ich glaub, wir sollten erst mal den dritten Weg machen. Ich glaub, wir gehen erst mal in den dritten Stock. Ich bin mir nicht so sicher. Der, der Hugo, ne? Ich wollt grad sagen, es ist echt ruhig. Hey! Hey! Oh Gott! Ich wollt eigentlich nach da. Hey! 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 Ich glaub, wie du die Erdurts hast. Ne, find ich. Ne, das überzeugt mich nicht. Das glaub ich nicht. Dankeschön. Dankeschön, Dominik, fürs Abgift an Horizons. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Meine Theorie... Nee, die... Nee, ne. Find ich abwegig. Och, diese Kackseite schon wieder, ne? Wir nehmen lieber die Seite. Das ist irgendwie alles nicht sonderlich gut. Dankeschön für die 100 Pits, Dankeschön. Okay. Das ist alles, was wir kriegen. Ich bin ein bisschen, also, meine Konzentration ist gerade ein bisschen woanders, nenn ich es mal. Ich weiß, oh, Heizung, da ist eine Heizung, aber da war eine Heizung. Ach, hier sind überall Heizungen, ja, drin. Aber mit denen kann ich ja nichts machen. Und jetzt? Wieso lässt mich das Spiel denn jetzt so allein? Also, damit meine ich jetzt nicht, dass Tani herkommen soll. Und Tani ist da. Juhu. Hier sind echt verdammt viele Türen abgesperrt. Das ist wie bei Resident Evil, wenn mich was anschreit, schreit zurück. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Stop it! Dass die keine Kopfschmerzen bekommt. Das war heute nur zweimal draufgehauen. Unter dreimal ist Keimer und so. Jetzt sind wir in der Zwei. Warum sind wir denn jetzt in der Zwei? Tani, bring mich halt wenigstens dahin, wo ich meinen Geisterdingsbums wieder kriege. Das ist kein guter Service. Das gibt eine schlechte Bewertung, Tani. Nee, da ist es nicht. Die Puppen, da weiß ich jetzt, wo es lang geht. Also, wo die hinführen, meine ich. Nicht dahin, wo ich will. Hä? Aber hier... Tani, du hast mich irgendwo... Hier geht's gar nicht raus. Aber hier geht's doch gar nicht weiter. Die Gäste schreiben nie schlechte Bewertungen. Weil die alle tot sind. Die Gäste schreiben, die Gäste schreiben. Die Musik dazu! Nee, also der Kompass hat, ich hab so semi drauf geachtet, so da war nicht so viel. Oh, ich hab auch gar keinen mehr. So, ich hab jetzt gespeichert. Wenn Tani uns nochmal kriegt, dann machen wir einfach einen Neuladen. Ich hasse die dritte Etage. Ich muss keinen Kompass finden! Aber ich bin ja schon dabei, Leute. Immer dieses Backseat Gaming vom Spiel, ne? Ich lass mich jetzt, ich lass mich von Tani jetzt nicht mehr verkloppen. Ich hasse die dritte Etage. Ich werd jetzt cheaten. Aber nur für die dritte Etage, okay? Das ist der Deal. Kann ich überhaupt laden? Ich kann gar nicht laden. Ich kann nur das Spiel crashen. Boah, also das ist mir zu doof. Nee, nee, also Spiel crashen machen wir nicht. Hallo Tani. Hier ist nicht mal... Oh. Der hat Lockschlösser für die drei. Ich bin mir nicht sicher tatsächlich. Warte, du hast... Genau. Ich glaub, ich glaub meine nicht. Warte mal. Nö. Nop. Gott sei Dank hab ich mir gemerkt, dass das das offene war. Ich will nicht mehr. Tani, du bist doof. Ach! Ein neuer Skill? Ja, aber wirkllch! Ich auch, Kressinchen. Ich auch. Was soll das? Das konnte er nie. Ich brauche einen Kompass. Ja, schön für den Schlüssel. Nee, jetzt weg da. Ich meine, jetzt ist ja dann wirklich schon egal. Ich meine, was soll uns Tani jetzt noch nehmen? Und das Leben? Die Schlüssel. Nimm meine Schlüssel, ist mir egal. Das Einzige, was noch geht, ist der Spiegel. Hallo, Tani. Nee. Ja, ich bin hier. Ganz ehrlich, bei Tani wird Service kleingeschrieben. Nicht mal Blut auf dem Leck. Ja, hier ist ja nicht mal Bettzeug. Wie soll da Blut drauf sein, wenn da nichts ist? Ich brauche einen Kack-Komper. Nee, da ist niemand. Durch die Tür kommen, wenn man durch den Spiel runter ist. Ja. Ja, ja, aber er muss halt auch erst aufstehen. Deswegen geht das. In der Zeit kannst du so machen und dann halt Wump. Ja, ich versuche, den Kompass zu finden, aber es ist ja nirgendwo einer. Danke, Spiel. Ich habe verstanden, was man in diesem Spiel machen muss. Wirklich. Danke. Ich glaube, du brauchst einen Kompass. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe einen Zauber. Toll. Wirklich das Einzige, was ich noch hatte und ich finde es. Glaubt ihr eigentlich, in dem Spiel gibt es Kompass? Sir? Kompass handen? Da war was. Ich hätte halt echt gern wenigstens noch das im dritten Stock gemacht, aber ich weiß nicht, wie. Okay, wir warten ja eh gerade nur, ne? Dann können wir mal gucken. Es war ja jetzt auch nur noch der dritte Stock, richtig? Nicht mehr Hugo. Ja, komm. Ach, ich kriege Hilfe für den Kompass. Das ist aber hilfreich. Danke, dass du es mir jetzt schon hast. Jetzt hat man wahrscheinlich ein Tutorial gehabt. Dazu muss man sagen, das Tutorial ist bei mir schon so ein, zwei Tage her. Ich bin mir nicht sicher, wo er ist. Ich meine, es heißt ja nicht, dass irgendwo anders einer ist. Warte, hier ist ein Kompass. Ich bin mir ziemlich... Rechts ist ein Kompass. Weil da waren wir vorher nämlich auch dran. Ja. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal durch. Weil jetzt haben wir ja... Jetzt wird es wahrscheinlich keinen Kompass mehr anzeigen, richtig? Ich habe das Gefühl, ich kriege keine weiteren Hilfen. Eigentlich müssen wir auch nur schnell genug sein. Ich weiß, das sage ich öfter. Oh. Das wollte ich gerade nicht. Wollte eigentlich durch. Das wollte ich. Ich höre deine Schritte, Tani. Du musst nicht so tun. Ich gehe jetzt nicht aus. Und deswegen sage ich, solltest du dir vielleicht neue Schuhe oder einen neuen Boden kaufen. Hat er gerade gesagt, I smell? Gib mir deine... Nein! Da passt du gar nicht rein mit deinen Quadratlatschen, die da auf dem Flur knarzen. Ich gehe jetzt auf dem Flur knacken. Ich habe ihn gehört links, aber alles gut. Easy peasy, gar kein Problem. Ist jemand da? Zu weit weg. Ist jemand da? Ich habe ihn mit dem Elektronik. Ich habe ihn mit dem polisar. Das ist so, dass die Polizei sich verletzt. Es ist so, dass die Polizei zu checken. Dann habe ich ihn mit ihm. Wenn du sagst du, hat er sich mit dem Trapp zu setzen. Does that have anything to do with what you said about the dangerous heater? Oh my god! You're back! Thank you. This third floor, right? Absolute Upfuck.